Aber wir denken nicht nur über zukünftige Antriebsmodelle nach, wir haben auch weitere Trends im Blick. Darunter ein Trend, der das Campen noch komfortabler machen wird. Dieser Trend lautet Smart Home, also ein vollvernetztes Zuhause. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie können die Funktionen Ihres Wohnmobils zentral überprüfen und steuern. Ganz einfach und bequem. Sie müssen nicht im Wohnbereich hin und her laufen. Um diesem Bedarf zu begegnen, haben wir die Mercedes-Benz Advanced Control, kurz MBAC, entwickelt. Dabei handelt es sich um ein Schnittstellenmodul, das die Trennung zwischen Basisfahrzeug und Wohnbereich aufhebt. Es vernetzt somit die Komponenten vor und hinter der B-Säule und ermöglicht die Bedienung über einen zentralen Ort. Zum Beispiel über ein Display im Fahrzeug oder eine Smartphone-App. Um diese Technologie zu zeigen, haben wir ein weiteres Konzeptfahrzeug mitgebracht, den Konzept Marco Polo. Hier können Sie auf der App als Beispiel die Temperatur im Fahrzeug regulieren. Sie können auch die Frischwassertanks überprüfen, den Grauwassertank, oder es lässt sich ebenfalls das Aufstelldach ein- oder ausfahren. Aber das ist noch lange nicht alles. Passen Sie auf. Hey Mercedes, ich möchte schlafen. Sie sehen, unser Konzeptfahrzeug verfügt auch über eine intelligente Sprachsteuerung. Ebenfalls innovativ in unserem Konzeptfahrzeug. Der Strom kommt umweltfreundlich von einem Solarmodul. Das Solarmodul bringt 400 Watt Leistung. Hiermit kann problemlos als Beispiel ein E-Bike geladen werden. Wie gesagt, die Grundlage für das Konzeptfahrzeug ist das von Mercedes-Benz Vans neu entwickelte Schnittstellenmodul MBAC.